Die Travel-Funktion. Wie funktioniert die eigentlich? Zuerst drückst du den Push-Button rein, dann ziehst du beide Reifenenden auseinander und rollst den Reifen ungefähr halbe Größe ein. Mit den drei mitgelieferten Klettis fixierst du dann deinen Reifen einmal in der Mitte und an den beiden Enden. Halte ihn dabei richtig schön fest, damit er dir nicht weg oder aufspringt. Auch die Klettis müssen richtig schön fest sitzen. Am besten mit der weichen Seite nach innen. Das Ende des Klettis musst du nicht durch die Schlaufe ziehen. Es reicht, wenn du ihn einfach übereinander legst. Um den Reifen wieder aufzumachen, nimmst du einfach alle Klettis ab, steckst den Reifen zusammen und achtest darauf, dass der Push-Button richtig einrastet und schon kann es losgehen.